Ja, hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband. Wir waren jetzt für eine Quest in El Cala und gehen wieder zurück in unser Dorf und schauen mal, ob wir jetzt endlich mal wieder eine Quest haben. Ja, außerdem müssen wir... Oh oh, muss es sein. Na ja, ich kann mal ein bisschen abhauen. Oh, ich kann die klauen. Ja, mach ich nicht. Weil sonst sind wieder die Leute zu unzufrieden. Ja, ja, sind sowieso zu schnell. Oh je, oh je, wieso muss jetzt gerade Krieg sein? Jetzt muss ich hinten durch, muss ich über Uxal gehen, hä? Ich habe noch so viele Gefangene. Aua. Gut. Also, dann machen wir gegen Roter Krieg. Moment kurz, haben die... Ja, Almere nicht mehr. Also ist jetzt nicht so schlimm. Almere reicht. Also reicht. Die haben ja noch Burg Finkort. Jetzt will ich einmal zuerst in die Schränke. Ein Bauer. Ibiran. Ja gut. Oh je. Brotfresserei. Solche Brotfressere. Da ist mal eine Militär-Hackmesser, aber ein schwaches. Es gibt noch bessere, also viel besser. Das sind wahrscheinlich dann nicht mehr Militär-Hackmesser, sondern irgendwie keine Ahnung was. Sorry, aber ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob die so aussahen oder ein bisschen anders. Hm. Tja. Machen wir mal. Hier wieder zu. So. Die Burg. Ist ja nichts. Ja, wollen wir das Dorf plüten. Ich will's. Ich will plündern. Ja, ja. Klarguss. Nein. Best Spins. Ey, ist ja nicht nochmal. Ey, jetzt war. Kenn ich euch? Nein, noch nicht. Mhm. Hey, immer diese Scheiß-Quests. Ja, was muss ich jetzt machen? Warten. Die werden jetzt wahrscheinlich dann angreifen. Oder wie? Aufs kleine Töpfchen. Oh Gottchen. Jetzt aber. Ich kann aber nichts machen. Ich würde es auch plündern. Bitte. Schön. Hier ist noch ein... ...Caranide. So. Hätte ich eigentlich immer wieder angeklickt. Ja, ja, Rochabat Also wir gehen jetzt einfach weiter Wetten sicher bald zum Marschall gerufen Ja, ja Okay, die greifen Uxal an, aber da kann ich noch nicht viel machen, helfen oder so Tja Ja, ja, ist alles leer, hm? So ein blödes Zeug Langstielstreitpflegel Lang Streitpflegel Pflegel Ah, jetzt müssen wir mit dem retten, hm? Gut Dann schauen wir mal, was er jetzt sagt Ah, nichts mehr, hm? Ein Hauptdog Okay, eine Geise Uskuru 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 Oh je, oh je, oh je, hm? Ja, das wird natürlich Recht schwer, hm? Also gehen wir zuerst mal nach Elinda Tradions hat für ihr truppen, hm? Was ist mit dir los? Also da ist noch neun her, da haben wir wieder ein bisschen verloren, letztes Mal Ja, joo Joo Also wir brauchen hier Request wieder eine neue Okay, das ist jetzt nicht so schwer, einfach teuer Oh, mal kurz schauen 15 Tage, ja das reicht locker Ich brauche nicht mal zwei Tage scheinbar Komm bitte fünf Rinde, hopp Ja, hopp vorwärts Wo ist das? Dunkel hier Na, wo bist du, Dorf, ey? Das ist da Da ganz oben, ey Ja, das ist das Dorf Ja, Rinder Fünf Sehr schön Aber ist teuer Sehr teuer Hopp, hopp Förderungen, hm? Hoffentlich wird das Gutes langsam wieder Die bleiben bei Harkov Ey, wo bist du? Man ist richtig langsam So, jetzt müssen wir noch nach Brauven und gehen wir Prima Also, wie viel bekommen wir jetzt? Ich hoffe 15, hm? Hallo? 17 sogar Super Also, Brauven Ich muss unbedingt die Gefangenen loswerden Mal kurz schauen im Trupp Kergitreiter, Lanzenreiter Da natürlich nicht hochstufen Okay, prima Am wenigsten seinen wieder gefördert Befördert Oh Gott Hey Kann doch nicht sein, dass da nirgends Ahi Vorwärts Wir müssen Ein wenig sporten, damit die nicht Mich noch einladen zum Marschall Hm Hm Okay Jetzt geht's heute ein bisschen länger Vorwärts Wir haben eine Mission Oha Der Schau, wie du aus dem noch so schlecht aussiehst Na ja Also, was brauchst du? Also Intelligenz Und dafür Schlagkraft Und Ja, Waffen So Und die Clay T Die Clay T Möchte gerne Auch Intelligenz Hm Stärke Ja Die Schlagkraft Erhöhen Ja, du musst das nehmen Mal Clay T Ähm Ja, nehmen wir den Bogen weg Hä Das bringt ihr überhaupt nichts So Weiter geht's Wir haben nichts Nee Langsam brauchen wir recht Geld Also wir müssen Karawanen Oder Dörfer aus Also Dörfer sind natürlich sehr viel Gefährlicher Die brauchen Zeit, bis sie erobert werden Also Einfach ausgeraubt werden Und die Karawanen nicht Ich denke, ich mache Karawanen Hä Ja, muss ich Gleich Machen wir zuerst Dirim Schon hier durchgehen Ich hoffe, wir bekommen irgendwie Geld Über Beim Marschallzug Ah, endlich Gleich noch Rechtzeitig Hä Prima Das ist gut Und Der Marktplatz hat 48 Geschwärt Tja Noch ein bisschen mehr Brot Prima Da sind sie schon Los Loll Es geht einfach so Hä? Was ist, wenn ich jetzt das wähle? Gut Dann will ich Heftigst Man kann die einfach nochmal besiegen Und dann das Geld wieder nehmen So geil Ich hoffe, dass es nicht negative Sachen gibt Aber so ist doch das super Hey, lass dich mal Hey, lass dich mal Hey, lass dich mal Scheinbar ist noch keines besiegt worden Schmierer Cool Die bekommt schon richtig viel Erfahrung Die bekommt schon richtig viel Erfahrung Eber Das macht richtig Spass gerade Aber wir werden fast übermächtig schon Die Klingenschwester ist hier Wie viel haben wir? Ich glaube zwei oder drei Ich glaube drei jetzt Ähm, Klingenschwester Zwei haben wir Ja, wir haben noch in Lage Verteidiger gestimmt Gut Wow Prima So, jetzt müssen wir kurz Hier mal dehnen Helfen Also aufsteifen Ja, das ist nur Stärke Hä? So Und Und Notfederan Zu Huskar Slave Crusher Fusshort als Baffenknecht Dann natürlich ein Reiter Hä? Okay Schauen wir mal Schmierer hat ein Pferd Bastu hat ein Pferd Cermus Bunduk Der Shavi Du musst ein Pferd haben Hä? Was nimmst du für ein Pferd? Ja komm Du nimmst Nein Du nimmst Du hast keine Reiten Oh je So Du hast kein Schädel Und Kleti Kommt ein lahmes Pferd Das ist auch nicht Ja egal Ähm Ich möchte mal kurz Schauen Ähm Wenn ich jetzt zum Beispiel der Lage Verteidiger Anrede Okay Man sieht Was die so haben Statistiken Ich dachte Ich dachte man kann Irgendwie die Ähm Anders ausüsten Und so etwas Ich weiß jetzt nicht Wie Oh ich muss die einfach reinnehmen Klar Klar So Mal wieder verkaufen Das läuft gut Es läuft sehr gut Ja komm Die Pferde auch verkaufen So Mit her sind's Jetzt haben wir wieder schön Viel Geld Und jetzt Muss ich mal schauen Der Glan Ich muss noch So Unbedingt Das wird knapp Ich glaube Da haben wir ein bisschen Mehr Zeit noch Oder Hey Ich speichere Jetzt mal kurz Masha Beitreten Hm Ich denke man bekommt Er wird gar keine Minuspunkte Wenn wir nicht Beitreten Wenn wir einfach nur Kurz die Mission Beenden Und dann hingehen Geht das sicher schon Ja so weit weg Ah da sind sie Der Glan Äh Ja ich werde jetzt noch nicht Ich werde jetzt noch suchen Und dann zoffen Nach Huxal Hä Komm das schaffen wir Dann noch mit Däbelian reden Ob er noch eine Quest hat Und wo ist Elvia Hm Muss man sehen wo er dort oben Sein Ja ja Okay Und wenn wir jetzt Da zurück gehen Aha Ansehen Ja Verhältnism soon Hat sie verbessert Prima Was haben wir da noch Oh Gott Gut Machen wir Oh mein Gott Ist das genial Das ist ja mal heftigst Wie profitabel Oh je Eh ja Den haben sie genommen Ja eventuell Müssen wir nochmal wechseln Das geht irgendwie nicht Wieso haben wir jetzt Keinen Krieg Gegen die Kanadkerien So ein Mist Naja Ich denke Die werden sich so weit In den Nordosten Verziehen Dass wir Da kein Problem Haben Dass die Ausstürmen So ein bisschen Nervig Ähm du musst Hier ran Ah jetzt Jeremus Du brauchst Du brauchst Auch noch Level Okay Ähm Scheich zu ihm Er war Da haben wir das letzte Mal hingebracht Ja die Schenke Ich vermittele Ich vermittle Nichts mehr Ah jetzt Hm Sind wir jetzt Weiter oben So So Scheinbar ist die Quest Jetzt wieder Behindert Man muss Gar nichts machen Hä Ebiran Ebiran Teclan 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 Teelanat Weißt du irgendwas Nein Nein Declan Wer locker Schon Hm Easy peasy Ja Keiner Okay Geht Jetzt müsst ihr euch Zurückziehen Die Wege Es kommen So Prima Aha Veluca Das arme Veluca Graf Declan Prima Und Ähm Deblian Ich habe meinen Pechtern im Dorf Elinda Almosen gegeben Es sind halte Zeiten Ich weiß dass er es gut meint Ich werde also keinen Widerspruch dagegen anlegen Dass er ihnen zur Hilfe gekommen seid Ein Ebir Ja Ja So Also Trupp Aufstufen Und zwar Ja Intelligenz Intelligenz Erste Hilfe Erste Hilfe Und So Was hättest du sonst noch Mal werfen Hättest du denn Hättest du denn Hättest du denn Ist ja jetzt nicht so Wichtig bei ihm Gut Also warten wir jetzt hier müssen Charakter haben wir noch nicht hochgestuft Wann ist es wieder so weiter Nicht mehr Lange Hä Nur noch ein paar Pinkchen Oh je Aber wir haben viel mehr Truppen Hey ist der König hier Ja König Burg Burg Allmeer Wird nicht länger Belagert Mhm Jetzt bin ich gespannt Kann man die angreifen Ja Nein Da werden wir die Stadt auch angreifen Jetzt sind sie schnell Schade Ähm Wird nicht dabei sein Weil wir so viel Zu viel Verluste bekommen Ähm Ich will nicht König Harley aus Ah Ich will einfach diesen Trupp hier Ja ok Wir warten ein bisschen Ja Ich kann ihn nicht Also Komm wir machen einen Längel im Part So Scheinbar habe ich ja hier nichts Gut Hallo Hier noch Kommt Vorwärts Ach Mist Ach Mist So ein Mist Viel haben wir hier nicht viel Und nur schlechte Truppen Und nur schlechte Truppen scheinbar Ganz schlechte Truppen Also Angreifen Sonst haben wir keine Chance Sonst haben wir keine Chance Wir sind Vorwärts Vorwärts Bei der Treppe. Hm. Vorwärts. Haben wir noch ein paar? Sind alle tot. Nur noch dort hinten. Seid ihr schneller? Prima! Einer verwundert der Ceramus. Uha. Ist ja krass. Wir haben schon eingenommen. Haha. Also. Du hast ja Intelligenz. Ähm. Erzeugungskraft. Tsch. Gefangenenhandhaber. Machen wir mal Innentarverwaltung und Jetzt ist die Frage. Okay. Das hat schon wichtig. So etwas. Komm machen wir Handel. So. Tja. Bogenschießen. Bogenschießen haben wir drei. Declan. Ja. Ja. Ich werde nicht vergessen wie wir zusammen Veluka einnahmen. Es war mir eine Ehre an der Seite gekämpft zu haben. Wer sollte an sich nach dem Leben von der Veluka? Da bringt mein Bruder Graf Haringhoff. Nicht zu unterstützen. Haha. Die Quest werden wir noch nicht machen. Das ist nicht gut. Der will die an. Der will die an. Der will die an. Wir haben neun bei ihm jetzt. Graf Gleis. Graf Gleis. Haha. Wieder eins mehr zehn. Schön. Ja. Werden wir. Jetzt möchte ich gern noch Veluka. So. Mach beim Turnier mit. Genau. Wir machen gleich mal ein Turnier beim Feind. Oh je. Hallo. Na nicht warten. Ah. Marktplatz. Ein 39er. So. Warenhändler. Warenhändler. 47er Brot. Hä. Geht in die Burg. Die Frauen sind hier. Arvo. Die Beperlte. Oh. Die würde mir nicht. Einen. Mann. spielen würde. Wahrscheinlich heiraten. Haha. Aber wir sind ja eine Frau. Also. Veluka. Gut. Ja. Dann müssen wir nachher wieder weiter hier. Ich bedanke mich für Tschüss. Jawohl. Und ich werde so schnell wie möglich dann den nächsten Part hochladen. Tschüss. Sprechercher. Ges 감 Paak. Eine neue gravidee. Ich bin aus den H